Oh, fuck, ich hab das so in die Eile geworfen, oh mein Gott. Mach's, mach's, guck, ich bleib hier auf. Boom, 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 zack, zack, und boom, Digga! Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Digga, bist du jetzt nur sauer, weil du verloren hast, oder was? Nee, Mann, ich weiß nicht, Alter, was machen wir eigentlich auf YouTube? Ich frag mich so die ganze Zeit, was wir da machen, Alter. So komische Zeichenvideos für 154.000 tote Abonnenten. Ich mein, du machst so Concept Art und ich mach was bewegte Figuren. Digga, denkst du auch das, was ich denke? Ja, Mann, lass uns den Friseursalon aufmachen, in dem man auch Bier trinken kann. Wir nennen ihn Bar-Bier. Alter, übel geiler Name, Mann. Aber an was ich gedacht hab, ist, lass uns ein Anime machen, Mann. Alright. Eine Sprechung. Ich hab keine Sprechung. Ich hab keine Sprechung. Anwar sind so eine Aufmerksamkeit. Das war die. Ich sp AJ beim Mögen. Ich hab keine Sprechung. Das war es richtig. Neue Benutzen, die sich geben. Ja, Mann, wir gehen. Der Mann, wir gehen. Nee? Das war die Sprecher. Schauen wir mal, was der Jörg so macht. Was machst du jetzt? Filmst du mich attestieren? Wollten wir nicht arbeiten, Jörg. Achso, Hausaufgaben offen lassen, falls Eltern drankommen. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Denkst du auch das, was ich denke? Wir machen ein Fitnessstudio auf, in dem man auch Bier trinken kann und nennen es Barbar. Übelgeil, Mann. Übelgeil. Aber was ich gedacht habe, ist, dass das auf jeden Fall noch eine Menge Arbeit ist. Aber wisst ihr, was auch übelgeil ist? Ihr könnt unseren Instagram-Kanal auschecken und schauen, wie die Reise weitergeht. Wir arbeiten nämlich gerade an dem Opening und in jedem Video geben wir euch einen Hint, wann genau das Opening kommt. Das Baby von Dirk und Hazel soll ja auch irgendwann stolz auf uns sein, ne? Genau. Verpasse nichts und ich habe nie. Triff das Finger-Better-Ding-Ding. Mach das. Kleiner-Better-Ding-Ding. Du Gott. Ihr trifft doch einmal eine Attack, Junge. Oh mein Gott. Zack. Zack. Und BAM, Junge. Oh, fuck. Ich bin erst so in die Eile geforfen. Oh mein Gott. Was soll ich noch sagen?